Willkommen zu einem verregneten Vlog hier aus Florida. Hallo mein Lieben, schon dass ich wieder eingeschaltet habe zu einem weiteren Vlog hier aus Orlando, Florida. Heute bin ich sehr früh aufgestanden, weil heute die Pressekonferenz zum 30. Geburtstag von Disney in Paris war. Da wollte ich auch direkt mal das News Video hochladen, damit ihr auch up to date seid und ich es nicht zwei Wochen später hochlade. Deswegen früh wach gewesen. Das habe ich hier beim Bronzer. Es regnet, eben hat es geregnet, jetzt hat es wieder aufgehört, aber es soll den ganzen Tag regnen. Wetter ist nicht so berauschend heute, deswegen dick eingepackt und wir fahren jetzt erstmal nach Disney Springs. Ich habe heute noch eine Reservierung für Hollywood Studios, aber ich wollte mir jetzt erstmal nochmal Disney Springs angucken in Ruhe. Und morgens sollte auch nicht so viel los sein in den Läden. Ich möchte auf jeden Fall ein Cookie bei Gideons, heißt es glaube ich, Bakery, Bakehouse probieren. Und Chicken Guy soll auch sehr gut sein. Vielleicht gehen wir dann Lunch essen und dann fahre ich heute Abend vielleicht nach in die Hollywood Studios. Weil ich muss natürlich noch Smugglers Run fahren. Das habe ich noch nicht auf der Liste. Und was fehlt mir noch? Minnie in ihrem Hollywood Outfit treffen. Ja, das fehlt mir noch. Ansonsten habe ich eigentlich in den Hollywood Studios alles abgeklappert. Ach, die Muppets Show 3D könnte ich auch noch mitnehmen. Ist alles indoor, deswegen passt es aber mit Regenschirm rumlaufen. Ist nicht so nice, aber gerade nieselt und fizzelt so ein bisschen. Jetzt warten wir hier auf dem Bus nach Disney Springs. Um 10 Uhr machen die Läden auf. Wir sind super in time. Wir waren auch alle schon heute um 6 Uhr wach. Wie gesagt, mein Weg hat um 5 Uhr geklingelt. Und ja, dementsprechend müde, aber Disney-Müdigkeit ist in Ordnung. So, hier könnt ihr mal sehen, wie groß Disney Springs eigentlich ist. Mit allen Geschäften und Essens-Restaurants, die hier zu finden sind. Und ich würde sagen, wir laufen mal rum und Richtung World of Disney. Da möchte ich nämlich zuerst hin. Und dann schauen wir uns nochmal um. Und es regnet. Ja, ja. Ah, ich sehe schon World of Disney. Also ihr habt ihr nicht nur Disney Läden, sondern hinten haben wir Zara gesehen. Sephora. Hier ist super dry. Lacoste, Fabletics. Ja, der perfekte Tag, würde ich sagen, um durch die Shops zu laufen. Hier ist super dry. Es sind natürlich keine Outlets, aber das eine oder andere Angebot kann man schon auch finden. Da vorne ist Uniqlo. Und ich sehe schon World of Disney. Ja, hier bei Uniqlo findet ihr auch noch ein paar Disney Merchandise Sachen. Aber da komme ich später nochmal zurück. Es gibt ein paar T-Shirts und ein paar Pullover. Wie gesagt, erstmal World of Disney. Und ihr seht ihn da schon vorne. Hier ist noch Levi's. Vollkommen kenne ich jetzt nicht. Auf jeden Fall groß hier. Und ich muss noch Gideons Bakehouse suchen. Da muss man sich irgendwie virtuell anstellen. Oder heute Morgen ist noch nicht so viel los. Werden wir mal sehen. Aber erstmal first things first. World of Disney. So, da sind wir. Ich zeige euch wieder so gut es geht, was es gibt. Aber auf die Preise kann ich hier nicht eingehen. Den Rucksack finde ich cool tatsächlich. Der passt irgendwie sehr viel rein. Und so snel ist das so großartige screw, Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Das ist ganz cool. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 herkommen sollte nochmal. das kann ich überspringen. ist halt ein bisschen wie disney's mickey's phila magic. also man sitzt im theater mit der 3d brille. aber die story ist halt die muppets sind da und keine ahnung. versuchen lustig zu sein. für mich sind sie nicht lustig. wahrscheinlich krieg ich jetzt voll die hate kommentare. aber nicht jeder kann alles mögen. ja jetzt gehe ich mal noch was im shop überprüfen. weil ich suche noch den waffelspill jersey für brina. und als ich das letzte mal hier war habe ich den gesehen. aber da war mitten in der nacht. das heißt sie konnte mir nicht schreiben, dass ich ihr den kaufen soll. und sonst gibt es den nirgendwo. und jetzt gehe ich mal gucken ob ich ihn jetzt hier noch mal sehe. ansonsten ist er wahrscheinlich wieder ausverkauft. wie gefühlt 90 prozent der sachen die ich möchte sind hier einfach ausverkauft. naja. und tatsächlich noch was zu den merchandise von heute morgen in disney springs. also klar es gibt hier viel viel mehr merch. aber zum beispiel das 50 geburtstagsmerch. wir haben das meiste echt bei shop disney bekommen. bei uns in deutschland. also da können wir uns echt glücklich schätzen. vieles was es hier auch gar nicht mehr gibt, hatten wir oder haben wir noch bei shop disney. deswegen also da können wir uns eigentlich nicht beschweren. wir können es echt glücklich schätzen. und ich muss auch sagen das neue merchandise vom 30 geburtstag im disney in paris sieht ja sehr ähnlich dem merchandise, dem 50. merchandise. also ich glaube das waren dieselben macher. auch die ganzen konzepte. die kostüme. die kostüme von mickey und mini und so sind ja auch iridescent. das ist ja irgendwie das motto. auch vom 50. geburtstag. beim 50. geburtstag gibt 50 charaktere. bei uns wird es 30 geben in garden of wonder. sorry. ich musste gerade mal einen kinderwagen überholen. ja bei uns wird es 30 geben. und ja also ich glaube da waren schon sehr ähnliche macher auch was das merch angeht. aber wir kriegen auch einen seifenspender. ist auch schon mal was. naja auf jeden fall gehe ich jetzt mal nach dem spirit jersey gucken. und dann gucke ich mir um 18 uhr die stun show an. die indiana jones stun show. die soll tatsächlich auch ganz gut sein. und dann geht es zu smugglers run. single rider. und dann wahrscheinlich wieder zurück und zu teller. da habe ich alles geschafft. was ich noch schaffen wollte. mickeys und minis. das ist daniel febrina für euch. run a rail, wail away. wäre natürlich auch nochmal geil. ich weiß nicht ob ich lightning lane buchen würde. ich gucke mal was der abend noch so bringt. ich war tatsächlich erfolgreich. ich habe den letzten waffel spirit jersey in s bekommen. und fibrina 1 in l. viele gab es nicht mehr. wie gesagt das war der einzige shop. habe ihn hier vor ein paar tagen gesehen. und jetzt gab es noch ein paar. habe beides bekommen plus ohren. super happy. super erfolgreich. und ja die ohren werden auch mal teurer. alter verwalter. 40 dollar für ein paar ohren. und der spirit jersey 75 dollar. plus tags. ich würde sagen schnapper. aber jetzt können wir ganz coole bilder und videos mit mickey waffeln machen. hat sich auch gelohnt. und das ist mein erster spirit jersey den ich hier kaufe. und ich habe sonst keinen anderen im blick. und ich kann doch nicht weg fahren ohne ein spirit jersey gekauft zu haben. das wäre nicht ich. und auch kein paar ohren habe ich mir tatsächlich hier gekauft. habe ein paar ohren gekauft für daniel. aber für mich noch kein paar. also das erste paar ohren. das erste paar spilt jersey. das ist wahrscheinlich auch mein einziges paar bleibt. was ich mir hier kaufe. das ist schon eine niedrige rate würde ich sagen. für mich als spilt jersey und ohren sammler. ja jetzt geht es zur stun show. ja jetzt geht es zur stun show. ja jetzt geht es zur financer i Ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie, die Shows und ich werden heute keine Freunde. Die Stuntshow, also ihr habt jetzt nur Ausschnitte gesehen, die besten Ausschnitte. Die Show ging 20 Minuten und gefühlt 18 davon wurde nur geredet. Die Schausteller wurden vorgestellt und es wurde besprochen, wie man Stunts dreht. Und die eigentlichen Stunts waren vielleicht zwei Minuten, höchstens. Also, das war jetzt für mich auch eine etwas unnötige Zeitverschwendung. Hätte ich mir auch sparen können. Klar, man sitzt im Trockenen und so, aber die Bank war kalt, mein Hintern hat gefroren. Nein, 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 das schenke ich mir beim nächsten Mal auch. Also, das war keine gute Empfehlung. Ja, jetzt laufe ich Richtung Galaxy's Edge, um Smugglers Run zu fahren. Und dann eigentlich werde ich zurück ins Hotel fahren. Es niedelt immer noch ein bisschen, aber ich bin gerade zu faul, mein Poncho anzuziehen. Das ist ein bisschen weiterer. Tren! 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 Ja, der Plan vom Single Rider ist fehlgeschlagen, Single Rider ist geschlossen. Toll, 45 Minuten Wartezeit, aber jetzt bin ich schon mal hier, dann muss ich mich wohl anstellen. Du solltest ein 1st-Order train shipmenten von Coaxia. Gunners, du planst die Path. Pilots, line up behind the train. Engineers, du harpoonst die Precious Cargo. Move on, my friends. See you in the cockpit. I will be in the cockpit, of course. I'm thinking of... You're still here. Pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left, move your stick to fly right. And left. I wasn't just about to see that. Pilot on the right, pull back on the stick to fly out. And push forward to fly down. Things are getting too hard. You're about to get out of here. What? A distraction. You made it so good. Oh, wait, 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 my friends. I'm afraid we are... I'm waiting for a half an hour. It went faster than shown. Smugglers Run was really fun. I was an engineer. I was with a family. Two little children were just pilots. I don't know if it affected the performance. I have no... I don't know if it affected the weather. I don't know if it affected the weather. But if you've been driving, you can write down below the comments. You can write down below the comments. I'm leaving Galaxy's Edge for this trip. It was nice to be here. Rise of the Resistance was just a ride, but it was still great. And I think it's about 90 minutes. Also, it's good at night. It's of course wetter-based. And... Yeah, I'm looking for now. Maybe I'm going to go to Mickey's Runaway Wayway. Or so. I'm going to decide right now. It's about 45 minutes of the time. That would actually go. Although I'm going to go to the hotel room. Although I'm going to go to the hotel room. And I'm going to pack a little bit. I have a couple of days. But today I'll have a little bit of time. Let's see. Tomorrow I'll have to go to Animal Kingdom. So... It's not so dramatic. Actually I'm going to be tired. Because I'm pretty early on. But today I'm going to be tired. And my legs are getting tired. My legs are getting tired. So my legs don't feel like that. I'm going to be tired. I'm going to be tired. I'm going to be tired. But... I think... I'm going to be tired. You can make my legs a bit more. And now I'm going to be tired. Just keep going. So let's see. Now that's my last visit here in Hollywood Studios. For this trip. Now I'm not again. So I'm going to be tired. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! We're all waltzing so beautifully together. Oh, 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 oh. Now, let's go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go. Go, go. Go, 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 go. Ja, Miki's Runway, Whaleway. Bin ich einmal gefahren. Ich habe nicht mal 15 Minuten bis zur Pre-Show gewartet. Ging super flott. Und da sind noch Fotopassfotografen. Aber ich sehe nicht mehr ansehlich aus. Es hat nämlich aufgekommen zu regnen. Das war der Wahnsinn. Ja, ich verabschiede mich jetzt bei den Hollywood Studios. Ich könnte mich noch für Rise of the Resistance anstellen. Es ist zehn nach acht und bis neun hat der Park offen. Man darf, man kann sich ja bis zur letzten Minute noch anstellen und trotzdem fahren und wartet halt gerade eine Stunde. Aber Miki's Runway, Ranaway hat mir dann ein bisschen besser gefallen als Rise of the Resistance. Beim nächsten Mal werde ich es auf jeden Fall nochmal fahren, weil eine Stunde anstehen alleine macht dann noch keinen Spaß. und jetzt um die Uhrzeit ist auch von euch keiner mehr wach, mit dem ich schreiben könnte oder telefonieren könnte. Deswegen tschüss Hollywood Studios. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht dieses Jahr. Es bleibt offen. Aber ich beende den Walk gleich erstmal. Ich gehe jetzt noch zum Skyliner und dann nochmal zur Rezeption mit den Magic Bands nochmal nachfragen. Die Frage ist, ob ich jetzt nochmal bei den Fotopassfotografen stehen bleibe. Ich finde mich ja nicht mehr so ansehnlich, ne? Um die Uhrzeit. Aber es sind halt Erinnerungen, ne? Ich gucke mal, wie lange die Schlange ist. Ja, ich bin wieder allein im Skyliner und habe mich bei den Hollywood Studios verabschiedet. Ich habe den Fotopassfotografen natürlich noch genutzt. Und, ähm, ja, die Fotos sind schrecklich überbelichtet. Ähm, ich sehe nicht mehr. Ladies and gentlemen, enjoy your visit to Hollywood today. Now, wave goodbye to your adoring fans below. Bye! Bye! Ja, da hinten sind die Epcot. Die lila Kugel ganz hinten. Äh, die Skyliner reflektieren halt ein bisschen. Deswegen sieht man das ja schlecht. Ja, aber die, ähm, es läuft gerade wieder so eine, so eine 10-Minuten-Show, die ich toll, richtig toll finde. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß es gar nicht. Ach so, ich hab mich bei Hollywood verabschiedet. Hollywood. Ähm, wie gesagt, Rise of the Resistance. Wäre ich gerne mal gefahren. Hat mir ganz toll gefahren. Und Mickys Runaway Railway. Fand ich echt gut. Die Shows waren grottig heute. Äh, ähm, wie heißt es? Indiana Jones und... Jetzt geht es schon wieder. So, jetzt hört sie wieder auf. Ja, also die Shows Muppets und Indiana Jones war nix heute, aber kann man ja vorher nicht wissen. Ansonsten, was hat mir noch gut gefallen? Also Mickey's Monorail Railway und halt Rise of the Resistance sind halt die Highlights in den Parks. Ansonsten, wenn ich jetzt mittlerweile ein Ranking abgeben müsste, wäre Hollywood Studios trotzdem auf Platz 4 wahrscheinlich von den vier Parks. Aber jeder Park hat, also es ist schwierig so ein Ranking. So, kann sie mich jetzt mal ausreden lassen? Ja, es ist schwer die Parks halt zu ranken. Ich kann nicht sagen, das ist mein Favorite. Jeder Park hat seine Vor- und Nachteile oder seine tollen Attraktionen oder sein tolles Ambiente. Magic Kingdom finde ich wunderschön oder auch Animal Kingdom. Hollywood Studios hat halt viele tolle Attraktionen und Epcot auch, aber auch halt World Showcase. Also für jeden ist was dabei in jedem Park. Deswegen ist es schwierig für mich ein Ranking abzugeben. Ey! Ja, ich steige ja gleich aus. So, das Ende filme ich dann im nächsten Skyliner. Ich muss nämlich jetzt aussteigen. So, kriege ich das jetzt hin, bevor sie wieder anfängt zu reden? Oh, ich bin mir unsicher. Ja, also, ähm, bye! Morgen geht es tatsächlich nach Epcot morgen früh und nachmittags sind auch Animal Kingdom. Um am jeden Fall noch Avatar abends zu sehen. Und in Epcot habe ich auch noch nicht alles geschafft. Ich möchte mir noch das World Showcase ein bisschen näher angucken. Alle Länder werde ich mir natürlich nicht anschauen können. Der Regen soll natürlich morgen weniger sein. Ab 12 Uhr gar nichts mehr. Und, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Morgen dann, letzter Tag, Epcot und Animal Kingdom. Und am Donnerstag nochmal Magic Kingdom. Ja, und das war mein heutiger Tag. Ich muss sagen, es war tatsächlich noch viele Highlights dabei. Ich habe den Waffle-Jersey bekommen. Jetzt fängt es wieder an zu reden. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney... Jetzt sagt sie bestimmt gleich wieder, dass wir noch über den See fliegen. Ja, was, äh, achso, wo war ich denn ja schon wieder? Achso, Highlights. Ja, es war tatsächlich heute ein verregneter Tag, aber trotzdem sehr, sehr viel geschafft. Disney Springs abgeklappert, gut gegessen. Und dann habe ich nochmal einen halben Tag in Hollywood Studios gehabt. Ganz, ganz viel geschafft. Also, ja, kann mich gar nicht beschweren heute. Und, äh, ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns morgen in Epcot und in Animal Kingdom wieder. Und ich schätze auf, bevor sie wieder anfängt zu reden. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Bis zum nächsten Mal.